So, wir möchten die Staffel um ihren 4x50 Meter rücken und rufen bei den herren Mannschaftsvertretern von der 1. Mannschaft SG Schöneberg, die 1. Mannschaft PCK Schwedt und die 1. Mannschaft DSV Kottbuss, das ist Gällig. Die Staffel bewegen bei den herren Mannschaftsvertretern von SG Schöneberg, es kommt PCK Schwedt und DSV Kottbuss, das ist Gällig. Und hier die Bahnverteidigung für den Lauf 18. Auf der Bahn 0 ist Schön, Patrick Kulig, ist bei der Schöneberg. Auf Bahn 1 ist Marcel Lehmann, ist bei der Lieder. Auf 2 geht die Aspion, ist bei der Lieder der CSC. Auf Bahn 3 ist Martin Kulig, ist auf Markus. Auf 4 ist Markus Ender, ist aus der Schöneberg. Auf Bahn 5 ist Vincent Arn, ist Gischöneberg. Auf der Bahn 6 ist Max Jakobssche, ebenfalls ist Gischöneberg. Auf 7 ist Sebastian Schmidt, Schwedt-Gemeinschaft 4. Auf der Bahn 8 ist Christopher Windhausen, Berliner TSC. Auf Bahn 9 ist Philipp Schöneberg, das ist bei der Schöneberg. Und wir bitten dann bei den Damen, Mannschaftsvertreter und 20er Jungs.